Aus meiner Sicht natürlich ein glänzender Abend. Die Mannschaft hat ein hervorragendes Spiel gemacht. War von der ersten Minute an mega präsent auf dem Spielfeld. In jedem einzelnen Zweikampf hat man gesehen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Wir werden belohnt mit dem frühen 1-0. Super rausgespielt, super Abschluss vom Maxi. Das Einzige, was ich ein bisschen bemängelte, ist, dass wir dann nicht da schon nachgelegt haben. Da waren die Möglichkeiten da, das Zweite zu machen. Haben wir nicht geschafft. Trotzdem war immer wieder das Gefühl, doch gut. Die Mannschaft hat versucht schnell zu spielen. Hat immer wieder die Räume gesehen, gefunden auch, die Werder Bremen immer wieder mal angeboten hat. Und das haben wir dann in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut zu Ende gespielt. Sprich, dass Werder dann auch noch mal reingekommen ist ins Spiel. Hatten sie ein, zwei gute Möglichkeiten, wie Robin richtig sagt. Ja, und dann hat man schon gemerkt zu Ende der ersten Halbzeit, dass Robin die Mannschaft weiter nach vorne geschoben hat. Dann haben wir in der Halbzeit gesagt, so, Männer, jetzt müssen wir nur ganz konzentriert weiter verteidigen. Bissig bleiben, aggressiv bleiben. Und wenn uns das gelingt, werden wir irgendwann den Raum haben. Und weil Werder wird das Risiko erhöhen müssen. Und das ist dann auch so eingetreten. Und haben dann noch zwei wunderschöne Tore erzielt, die uns dann letztendlich natürlich einen 3-0-Erfolg bringen. Der, denke ich, auch sogar in der Höhe, aufgrund der Vielzahl von Torschancen, die wir auch noch liegen lassen, auch verdient war.